ARD Text im Auftrag von Funk 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 Nein. Ich hab's mir schon, genau. Das schafft man eigentlich nicht. Oh, da liegt irgendwo eine N, die nehme ich mir. Höchstwahrscheinlich. Und dann... Ach, komm. Ergänzt sich mit mir ab. Erstmal C verteidigen. So sieht's aus. Ja. Aber Punkte, Punkte, Punkte. Charles, wir nehmen jetzt Charlie. Wir verlieren C. Jetzt ist es schon zu spät, Junge. Aber was ist es zu spät? Er hat schon eingenommen. Was hat er eingenommen? Ja. Frenk mal mit, Fabi, bevor du hier... Ja. Du weißt doch, was für ein Pro ich bin. Oh mein Gott. Der gab's zwei. Blitzschlag. Genau mich. Ah, hinter mir war einer. Das hab ich gehört. Oh, da waren sogar zwei! Ja, so ist das Leben. Immer im Doppelpack. Alle gegen mich. Aber... Ach, Fabi. Wer hat sich deprimiert. Ganz sicher nicht. Emo Boy. B, B, B. Die holen sich A. Jetzt müssen wir uns B holen. Schnell! Ja, ich bin da auch jetzt... Chill. Kommt dann! Da oben! Ja, sagst du, ne? Von hier geh ich vor die Hunde, ey. Ich hab zwei Sieben, weil ich die ganze Zeit einfach versuch B zu holen. Ja. Starke Sache. Ganzes Magazin verschossen, kein einzig getroffen. Ja. Kenn ich. Kenn ich. Jetzt komm. Ey. Der neben mir rennt halt einfach einer aus unserem Team mit nem Raketenwerfer rum. Was soll sowas? Der ist doch Chillic. Boah, schock mich. Achso. Meinlicher Blitzschlag steht. Ja, Wett sterbt durch den Blitzschlag. Ich nicht. Ich steh im Haus. Steht da ein Chillic rum? Ja, hallo. Ich bin ich. Ich trau mich nicht zu B. Ich geh aber hin. Okay. Ich hab dich gesaved. Oh, oh, Mann. Safet mich doch. Hier. Pasch da los. Wir haben gehört, das Geschütz hoffentlich keinem Gegner. Scheiß doch. Geschützt tot. Ich bin's halt einfach. Ich hab das Geschütz gekillt. Jetzt echt, oder? Ja. Oh, krass. Ich bin voller Boss. Ich mein 2-9 hier. Die Runde kann man schon wieder vergessen. Die Runde ist echt gammelig. Man wird halt einfach die ganze Zeit von hinten gekillt. Nein! Jetzt hab ich gar kein Ziel mehr, wenn wir schon B haben. Du kannst ja auch gar keine Punkte kriegen ohne B. Der Overflow, die Map ist einfach behindert. Oh Gott, oh Gott. Von dem B. So, jetzt das hier mal. Wie viel will der noch schlucken, der Junge? Sag mir das mal. Einiges, einiges schluckt der. Und dann kommt noch. Accapallia hat mich gekillt. Okay, jetzt erstmal 10. Accapallia. Accapallia. Ja. Was nennt er da? Life is a bitch. Ganz englisch. Ja. Sag los. Ja, ich hab Volltreffer gelandet. Schön so. Ich freu mich jetzt schon über Volltreffer. Also das ist schon mal. Das ist ne Leistung. Jetzt schon auf die neue Map. Ja. Ja, ich auch. Scheiß, ja. Skritt. Ja. Ich hab's geguckt. Ja, ich hab's geguckt. Es ist ja auch die einzigen in unserem Team noch. Das haben noch gerage kürtet. Ja, das hätte ich auch gemacht. Ja. Und ich bin last kill. und er hat schaut euch an schaut euch an die rote dass wir schon wieder an die scheißrote ist doch stangen so das ist er und wenn ich will das ist zugeschaut wenn ich weiß nicht mal wieder ins bild rein mann hat ihn aufgegeilt dass ich gestorben den machten den macht das sein der an den münchen welche über so chinesen gemacht am besten das haben wir auch gemacht solche diese Rallye das waren das das war ja so ein komisches Ort über die sie hinter der alten sie dort hatten da sagen ich denke auch kurz ich habe ich habe oder ist noch eine geblendet er geht man doch weist doch was sie meinen folgt und hat sich das richtig weil ihr macht irgendwie schön kills ich will wenig wenigstens den Orbit erreichen Ah, und von hinten, ey, solche Noobs einfach Wenn du einen von hinten siehst, dann drehst du einmal die Runde Ne, ich frag ihn an, damit er sich umdreht und dass er auch ne Chance hat Den hab ich von hinten gegeben Ey, jetzt war ich EMP' und hatte kein Schusskreuz mehr Schön gestunt Ja, ist klar Wir fahre Ticks, ey Alter, du hast 28, D-Prox Ja, ja, jetzt geht's grad ein bisschen Er geht ab Ja, Orbit Bin nur am sterben Ist dein auch noch, oder? Ja, ne Er sagt's halt auch Der Deino, oder was, Schloss? Ich hab hier so ein schönes Sichtfenster auf meiner Waffe Aber man sieht einfach nichts, weil ich grad in EP war Oh, endlich ich jetzt hab Orbi, wo ist der Stall aus? Ja, ach Jetzt hat er auch noch Hunde Ey, hast Hunde geschafft Yeah, boy Du kannst was Ich nicht Nein, jetzt haben sie zu kommen Ey, sag mal, machen die Hunde nichts, oder kommen die noch nicht? Jetzt sind sie da Sind da Ah, jetzt hör ich sie Renn, 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 nicht sterben Renn, Hunde, renn Bin ich ein zum Orbi, oder ein zur Konterdrohne? Ein zur Konterdrohne Ah, zur Konterdrohne Ja, zur Konterdrohne, ist okay Nimm mal 10 ein Nicht, nein Mann, lass doch Zeit So, so, so Lass doch Zeit Sag mal, meine Hunde haben mir noch gar nichts gebracht Ist so Ist doch Ist doch Das ist unmöglich, ne Dieser Crypto Line und dieser Fanatics Fanatics Ich hab mir wirklich nichts gebracht Kann er uns die kill? Nein Wollen wir dann auch so? Nein, warum nehm ich die denn noch? Zweit höchste Streak, null Kills Ja, ist der wirklich dreist irgendwie Ja, die Hunde kann man halt abwehren leicht Schön, von wem ist der? Nicht von mir Ja, ich bin kurz davor Ich glaub ich auch Ah, nein Ja, ich hab ihn Immer, immer dann, wenn ich hinlaufe Immer dann Fall immer so richtig knapp Ist der wer? Jetzt hab ich ihn auch Wen habt ihr? Wichse Ja Na, so gut würd ich auch mal werden Ja, weißt du Fabi, du übst einfach noch ein bisschen und dann Ja, kleiner Fabi muss noch üben Und dann wär ich auch mal so groß Und dann wär ich auch mal so groß Und dann hau mal neun rein Ok, soll ich reinhauen? Ja, mir ist überall Ich hab jetzt rein gehauen Ja, lass mal A einnehmen Wartet auf mich, wartet auf mich Wartet auf mich, Herr Pisser Hinter mir, hinter mir Ali Hunde, es ist die erste oder die zweite Runde Hunde habe ich Zweite, zwei, zwei, zwei Hunde Jetzt Hunde macht was uns Das rast sich echt auch Das ist das zweite Mal Hunde jetzt Ja Aber ich bin ein zu 100 Die Runde ist gut für uns Ja, erster Biss Jetzt komm, ich will noch Hunde schaffen Ja, jetzt hab ich auch Hunde Ja, jetzt hab ich auch Hunde Ich hab sie nicht verbügt, weil du sie draußen hast, du Wichser Einen einzigen hab ich gemacht mit denen Oh Mann Wir haben trotzdem verloren Ja, halt wirklich Ich bin gleich wieder da Ich hatte zweimal Hunde und die haben mir einen Biss gebracht Das ist halt richtig bitter Das ist richtig bitter Und der... Was soll sowas? Da läuft 9 läuft Ja, bei mir läuft auch 16,20 Ja Und damit verabschieden wir uns Bis zum nächsten Mal Tschau